Also nach ungefähr 15 Jahren Hörgeräteerfahrung war auf der rechten Seite dann nichts mehr zu hören. Dann war das Gehör ganz weg. Mein Arzt, mein HNO-Arzt, hat mir gesagt, dass ich ein Fall für eine Implantation wäre. Aber ich konnte mich mit dem Gedanken nicht ganz anfreunden und habe leider fünf Jahre gewartet. Aber danach habe ich gemerkt, das hätte ich viel früher machen sollen und seitdem hat sich mein Leben komplett geändert. Die Implantate haben meine Lebensfreude wieder zurückgebracht. Ich stehe wieder mittendrin. Ich kann alles machen. Ich kann an allen Unterhaltungen teilnehmen. Ich gehe ins Kino. Ich gehe ins Theater. Ich gehe aufs Konzert. Ich kann Musik hören. Alles. Rock, Pop, Klassik. Es macht richtig Spaß. Es macht Freude. Es ist wirklich, man steht wieder im Leben. Das Hören mit dem RONDO 3 ist für mich jetzt sehr angenehm. Viele Geräusche, die ich vorher als dominierend und fast störend empfunden habe, höre ich jetzt nicht mehr so stark. Ich höre sie einfach auf einer angenehmeren Lautstärke. Die drängen sich jetzt nicht mehr so in den Vordergrund. Sei es die Geräusche beim Autofahren, Küchenmaschine und so weiter. Also die Liste könnte man unendlich weit fortsetzen. Es ist ein sehr angenehmes, schönes Hören. Die Akkulaufzeit ist wirklich phänomenal. Egal, wann man ins Bett geht. Auch wenn es nachts um zwei ist und man in der Früh um sieben aufsteht oder um sechs, die RONDO sind wieder voll geladen. Also ich denke mal so Maximum sind drei Stunden, die es zum Aufladen brauchen. Ein ganz tolles Gerät ist der Audio Link und ich habe ihn im Urlaub dafür genommen, was in keiner Anleitung drin steht. Ich habe ihn mit einem doppelseitigen Klebeband aufs Lenkrad geklebt, das Mikrofon eingeschaltet und mein Partner hat mir erzählt und ich habe alles super verstanden. Ging gleich in meine Ohren. Perfekt. Ich kann jederzeit auf der App nachschauen, wie viel Power meine RONDOs noch haben und sollte die Akkulaufzeit mal nicht mehr reichen. Kein Problem, dann lade ich sie eben über die Powerbank mit dem Verbindungskabel auf. Das Schöne am neuen RONDO finde ich auch die bunten Abdeckungen. Ich habe zwar jetzt bloß eine, aber das schaut doch viel schöner aus als nur die schwarze Platte, die ich sonst habe. Wenn Sie feststellen, dass Ihr Gehör schlechter wird, informieren Sie sich. Sprechen Sie mit Menschen, die schon implantiert sind, denn Sie können nur gewinnen, verlieren können Sie nichts mehr.